Was geht ab, Leute? Heute ist soweit! Wir schauen uns Menschen an, die einen schlechteren Tag hatten als du. Ja, 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 sowas gibt's, Leute. Sowas gibt's, ja. Und da wird es auf jeden Fall heute mega, mega heftig, was auch da alles passieren wird. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, Leute. Deswegen lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ich würde sagen, wir gucken uns direkt mal hier den ersten Clip an... Was macht die... Was hat die Katze denn da gemacht? Und bam! Er haut... Er haut sich einen Hammer ins Gesicht, Freunde. Okay, sowas... Oh! Ui! Und, äh, so, bin zu Hause, Schatz. Und dann, zack, erst mal Tür gegen's Gesicht gehauen hier. Und sogar auf Kamera festgehalten. Perfektometer, Alter. Perfektometer. So, oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Leute. Was war denn jetzt gerade da los? Hey, guck mal, der wird einfach hier von diesem... Riesentrutan oder was auch immer da ist, verfolgt. Von diesem riesen Hähnchen. Na, du hast... Ab... Abgeschlütteln. Nee, noch nicht ganz. Okay, hier. Hä? Warum? Warum macht er so? Er macht einfach die Gitarre kaputt von seinem Dad. So, was macht die jetzt hier? Oh. Hä? 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 Loll, springt das Ding einfach auf sie rauf und sie ist voll erschrocken. Okay. Okay, kann man machen, Freunde. Kann man machen. Auch nicht schlecht, ey. Auch nicht schlecht. So, ah. Hier, ein bisschen. Ah, das ist halt wirklich... Also, das ist halt wirklich belastend, ne? Was macht... Oh. Was? Oh. Hä? Okay, pass auf. So, hier aufs Pferd... Oh Gott, ich hab so was... Oh Gott. Ah. Die lacht einfach, Leute. Oh Gott, nein. Oh. Pfff. Oh. Ich sag's, du bist, das ist manchmal echt... Oh, hier, Football. Pass auf, so. Na? Er läuft. Ah. Oh. Diesen Trainer oder so hat es auf jeden Fall gut mitgenommen. Den Trainer. Sicher? Seid ihr es? Hä? Ja, getroffen. Und boing. Perfekt. So, hier. Bisschen im Gym trainiert. Hä? Okay. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Er hat einfach gefühlt das ganze Ding abgerissen und... Lol. Okay, 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 okay. Er muss das jeden quasi bekommen. Bah! Also. Hä? Hä? Warum? Oh nein. Oh nein. Ey, aber es hat geklappt, Leute. Es hat geklappt. Alles entspannt. So, hier, komm. Klein. Oh. Das war wahr. Der Boot übel weggau. Oh nein. Yo. Alle in den Fluss rein, ne? Alle in den Fluss. Die Hängematte hat sich auf jeden Fall super hinbekommen, sich da reinzusetzen. Ich sag's euch, Hängematten sind auch manchmal echt richtig, richtig schwer. Sich da reinzusetzen, ne? Das ist halt echt auch normal. So, hier, erst mal hingeflogen. Er gehört sich jetzt erst mal erst Platz. Und... Was? Was macht er denn? Er macht einfach den Zaun kaputt. Sie hängt einfach... Was hat die denn gemacht? Die hängt im Stuhl fest. Hä? Die hängt einfach im Stuhl fest. Okay. So, hier, bisschen Football. Komm. Und... Werfen. Okay, gefangen. Ganz gut. Okay. Oh. Hä? Lol. Okay. So, hier. Oh nein. Oh Gott. Was hat die denn gemacht, Leute? Was hat die denn gemacht? Und hier. Der Brecher. Oh. Und erst mal ganz entspannt gegen die Tür. Oh Gott. Nein. Der Stuhl. Oh Gott. Ey, warum hauen sich denn mal alle Sachen ins Gesicht und so, Leute? Ja, komm. Da. Was macht der jetzt? Er bewegt sich ein bisschen. Oh. Perfekt. Ausgerutscht, ja? Bilderbuch-Ausrutschung. Nennt man das aber... Oh. Oh. Okay. Okay. Er hat auf jeden Fall noch ein bisschen Glück gehabt, ne? Und Gott, hat er sich erschrocken. Hat er sich erschrocken, Freunde. Und die checkt gar nichts. Sie so was... Daddy, was ist denn los jetzt hier? Was war das? Ach so, kleiner Vogel einfach. Ach so. Lustig wäre es, wenn er jetzt nochmal zurückgekommen wäre. Äh. Oh. So eine Riesenspinne. Die Riesenspinne, Freunde. Okay, was macht die Katze? Na? 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 Was hat die? Oh. Oh. Irgendwas schon wieder hier entdeckt, Freunde. Die hat wieder irgendwas entdeckt. Oh. Oh. Katzen haben ja... Da hat er jetzt noch sieben Leben. Oh mein Gott, nein. Die ist einmal draufgegangen schon, Leute. So, komm. Was machen die jetzt hier? Na? Anlauf holen. Anlauf, 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 Anlauf. Oh. Perfekt. Er rutscht aus. Perfekt, Leute. Perfekt. Oh. Was? Oh nein. Es wird nicht gut ausgehen, Leute. Diese ganzen Hoverboards, ne? Oh. Hoverboards. Oh. 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 Ja, es war irgendwie klar. Aber, ey, nicht mal getroffen. Nicht mal getroffen. Unglaublich. Die Toilette vibriert, sagt sie. Okay, ich habe mich jetzt gar nicht verstanden, Freunde. Irgendwas war mit der Toilette. So, was waren die jetzt hier? Ach, da sind die ganzen Hunde am Start. Okay. Und jetzt, äh, hä? Ist doch alles voll süß, alles voll entspannt. Wo ist denn das jetzt ein schlechter Tag? Die hat einfach jetzt gerade voll viele Hunde am Start. Oh, guck mal, die nimmt sogar... Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, hier wird einfach umgeworfen von den Hunden. Alter. Okay, da ist, da ist dann schon ein schlechter Tag, Freunde. Da hat man dann wirklich schon einen schlechten Tag. Ey, da sind so viele Hunde einfach am Start, ne? Mama Mia. Alter. Na, was macht das Baby jetzt hier? Hä? Ich glaube, das Baby mag nicht so gerne gesunde Sachen. Also, was macht der jetzt hier? Und... Oh, oh. 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 Wie fängt ja alles. Oh. Ey, ah. Schön den Kopf angeschossen. Oh. Oh, was? Halt das Handy gut fest. Oh mein Gott, das Ding hat fast das Handy geklaut, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh nein. Das würde locker abreißen, Alter. Oh mein Gott. Einfach abgerissen. Oh. Oh. Und ab in den Pool. Perfekt. Mit dem Kaffee auch noch. Na, was machen die jetzt hier? Bisschen tanzen Oh, okay Oh, nee Oh, okay Leute, der hat wirklich den schlimmsten Tag gerade abbekommen Jemals Ich meine, guckt ihr euch an Wieder da einfach in der Filzidik, Leute Also das soll es in jeden Fall jetzt von dem Video gewesen sein Wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da Und schön einzeln mal, wie es dir aus Einfach drauf klicken, haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao